Gut, das hier ist dann auf jeden Fall schon mal die Abgrenzung. Das kann ich dann nicht weiter aufdecken. Gut, das heißt, wir können jetzt wieder hier runter gehen. Dann decken wir hier auf. Ja, und hier ist auch ein Punkt. Das heißt, das hier ist das nächste Ziel. So. Hopp. Wunderbar. Geht doch voran. Gleich haben wir ganz Krita aufgedeckt. Och, och, och. Okay, first, first, first. Als erstes, first, dann decken wir mal Queen's Tale auf. So, wir hätten natürlich auch den anderen Weg nehmen können. Nö, hier sind sogar Spinnen. Ja, ja. Ich hab gesagt, ich möchte hier hingehen. Echt. Super. So, wir nehmen einfach ein, ich bin jetzt hier durchgegangen. Ja, durch. Da so durch. So, hier haben wir einmal eine Quest. Das ist das hier. Gut, helfen wir doch auch hier mit. Geben wir ihr hier. Heroin-Grapes. Hier, bitteschön, weil die möchtet ihr haben. So, hier. Da hast du eine Grape. Oh, da ist auch eine Grape. So, hier. Ich glaub, dann geh mal hier. Kannst dich erkennen. Okay. So. So, die mich tun. Mal die Dinge hier drücken. So, hier. Sterben. Ich möchte hier nicht sterben, also nicht die sterben. Nichts. Nichts. Oh, so. Einmal hier. Bitteschön. Ups. Hier einmal. Sind wir auch gleich fertig. Bitteschön. Noch eine Ruined-Grapes. Ich hoffe, jetzt kommen dann nicht gleich wieder diese blöden Taumini. So. Oh, wir sind schon fertig. Ja gut, passt auch. So, mal gucken. Und was ist hier? Protect the farmers from Taumini. Okay. Da gibt's auch was. Und es ist direkt hier. Ich glaub fast. Ich... Was ist hier? Sprinkler-Ding hier. Brocken-Sprinkler-Pieces. Okay. Achso. Müssen wir hier abgeben. Kann ich da mehr nehmen? Das nochmal mit. Das nochmal mit. Da ist noch eins. Hier ist auch noch eins. So. Gehen wir mal hier hin. Bitteschön. Brocken-Sprinkler-Piece. Die Person hat das vor mir abgegeben. Jetzt hab ich nichts gekriegt. Du dumme Person. Also hier. Oh. I like it here. Ja, okay. Wie kann ich denn hier das Wasser ausmachen? So. Achso, da drüben gibt's auch Sprinkler-Dingens. Oder? Keine Ahnung, was gibt's hier? Oh, ich muss hier drauf. Super. Ich muss hier auch mal gucken. Wie kann ich hier? Super. Was ist denn hier los? Achso, das sind auch Taomini, die Gänzen hier. Gut, dann machen wir erstmal kurz... Da unten weiter. Weil da sollte mehr als erstes sein. Eins nach dem anderen. Hier haben wir ein Taomini. Taomini. Beziehungsweise Taomini, weil das Zentaurern sind. Passiert. Oh, ein Langhorn-Schieb. Haben wir auch Taomini. Das ist gut. Will ich mal spontan sagen. Ein Taomini weniger. Das ist auch gut. Vielleicht ist auch ein Taomini. So, gleich damit. Jetzt schieße ich bestimmt gleich das Langhorn-Schieb an. Langhorn. Vielleicht mal ganz ehrlich, Langhorn-Schieb. Doch Langhorn-Ram steht da. Achso, nee. Bestimmt gibt's beides. Nein, das wird bestimmt mal eingeschossen. Nö. Gut, hier müssen wir eh hin. Da unten. Oh, nee, nee. So, mach es mal so. Da eins nach dem anderen. So, es wäre gefährlich, wenn ich noch ein bisschen lower level wäre. Ja, ich dachte eigentlich, hallo, kack mich nicht an, lass mal schneller den NPC. Na jetzt halt. NPC, hilf mir. So auch nicht. So. Noch ein bisschen hochheilen, bevor mich das Ding gleich kaputt macht oder noch mehr kommen. So. Und? Jetzt macht E-Autoangriff. Wieso klicke ich denn auch so oft? So, hier. Oh, der NPC hilft mir. Ja, schön, der wird nur dumm rumstehen. Hm. Jetzt macht's kein Autoangriff mehr, was soll das? So. Ich würde sagen, das Kupfer können wir mitnehmen. So, kann man hier nochmal, mal gucken, wo wir was wegmachen können. So. Da ist auch ein Tamini. Tamini. Tamini klingt irgendwie süß. Ich stelle mir grad so vor. Wie so ein Scha... Äh, wie so ein Scha... Wie so ein Mensch. Tamara heißt ja und so richtig klein ist. Na, Spitzname Tamini. Irgendwie süß. So, hier. Auch einen Waypoint. Oh, da ist, äh... Ah, das ist da oben. Oh, danke für das Fiki. So. Das hatte ich ja schon. Nein, ich möchte nur auf den Raptor. Geh mal hier wieder rauf. Ich wollte auf mein... Auf mein... Mount. Super. Da muss man sprich ein paar Viecher, glaub ich, reinpacken. So. Ach, ich bin jetzt schon da runtergelaufen. Ich dachte mir jetzt so, hä, das ist auch irgendwie neu hier. Hm. Ich wollte aber erst noch das hier fertig machen. Ähm. Mach nie was fertig. Okay, eigentlich mach ich fast immer was fertig, aber... Naja. Das war halt jetzt ein bisschen ungünstig. Guck mal in das Herzchen. Da. Brauchen wir noch ein Tamini, ja? Ein Aspensäpling. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Na, jetzt funktioniert der Spring gleich hier auch wieder. Nehmen wir das hier mal mit. Und... Weil Head of Garlic ist immer gut. Und jetzt sind auch gut. Und vielleicht kriegen wir hier nochmal irgendwas interessantes raus. So. Na hier. Freue mich schon, wenn ich irgendwann mal so eine... Dinger kaufen kann. Also so eine Hacke und so ein Zeug. Ohne dass ich das die ganze Zeit immer erneuern muss. Im Moment oder so. Geh mir die hier aus. Und es gibt auch welche. Die kann man so kaufen. Die sind dann immer da. Also die nutzen sich nicht ab. Was ich relativ gut finde. Bin ich mal gespannt, wann ich mir das holen kann. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber hey. Ich bin ja auch erst gebt, wo es jetzt seit... Wie vielen Monaten? Oktober, November, Dezember. Seit... Seit... Ja. Zwei Monaten. Ist jetzt auch nicht so lange. Kann man mal seit zweien halten. Oh. Warte. Warte. Ich möchte mithelfen. Warte. Ja, ja. Steh. Experience. So, ähm. Da. Hier. Ja, ja, ja. Da. Kupfer. Habe nicht so viel Kupfer. Man kann sie aber mitnehmen. Oh, ich möchte jetzt gerne noch einen Tamini haben. Tamini klingt irgendwie süß. Auch wenn die Mobs irgendwie total nervig sind. Hehehe. Also hier. Ist etwas. Das war aber vorher grad, glaub ich. Das ist das Tamini-Event. Ah, ich werd auch grad draufschlagen. Tamini! Hehehe. Hehehe. Weapon Wreck Destroyed. Hehehe. Feins. So. Machen wir aber auch kurz das Tamini-Event mit, oder? So, hier. Weapon Wreck Destroyed. Können wir auch blieben? Hehehe. 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 Weapon Wreck Destroyed. Was haben wir hier? Zerstören wir die mal. Weapon Wreck Destroyed. Betel Town. Hä? Achso. Oh. Ich hab das eine Herzchen fertig gemacht. Ich hab mich vorher schon gewundert, wann ich die Dinge zerstören kann. Oh, da ist noch ein Mensch. Hm. Spieler, hier. So. Ach, was willst du denn von mir? Ach, lass mich doch mal über die Tamini. So. Ich möchte hier die Weapon Wrecks... ...verputt machen. So. Hier nochmal. Das hier. Genau. Das hier. Haben wir schon 7 von 12. Kommen wir nächsten Tamini rein? Aber auch gar keinen Schaden, irgendwie. So. Da jetzt bei mir stehen. Ja. Nein. Oh. Wir sind weitergegangen. Ach. Und jetzt geht's auf einmal nicht mehr weiter. Jaja. Da sich drauf verlässt, dass das automatisch schießt, dann funktioniert es wieder nicht mehr. Was ist denn für ein Ding? Hm. Skelett. Und? Hier hin. Ah, wir sind schon fertig. Ist doch auch nicht schlecht. Nehmen wir nochmal kurz looten. Looten ist immer gut. So. Dann haben wir das hier fertig. Dann wollten wir hier nochmal kurz fertig machen. Dann können wir weiter runter gehen. Ja. Ich glaube so machen wir's. So. Dann waren wir hier. Hier wollten wir entlang gehen, glaube ich. So. So. Hier haben wir noch irgendwo. Da. Genau. Kupfer. Ich kann mich erinnern wo ich angefangen hab. Das damals absolut geleckt. Da war ich auch hier. Das hat geleckt wie Sau. Ach nö. Wie uncool. Was muss ich denn hier machen? Fight Centaur. Ok. Tamini. Recover Stolen. Protector. Monasterie. Oh. Da gibt's hier etwas zum verloren. Wollen wir dich begleiten. Hm. Können wir ja mal. Ich. Mach mal hier mal kurz mit. Das ist ein armer Packbulle. So. Kann man mal währenddessen hier ein bisschen Zeug wegräumen. Hey. Was ist das? Hm. Mh. Ah. Mh. 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 Ach. Das hat trotzdem funktioniert. Das ist auch schön. Ich dachte schon das hätte nicht funktioniert. Ich freu mich jetzt am Schlafen immer da wieder auszurollen. Oh. Oh. Da sind so viele Sachen drin. Die schauen so interessant aus. Oh. Da ist auch wieder ein neues Moor. Trainer Kappa. Die würde ich auch gern verfolgen. Hm. Vielleicht kann da nicht beiden auf einmal folgen. Wie uncool. Ah. Da kommt sogar auch her. Uh. Vielleicht funktioniert es sogar mit beiden. Man muss halt nur überleben. Mh. Mh. So. Hier wieder ein bisschen looten. Funktioniert doch wunderbar. Der Kappa geht doch woanders hin. Schade. Da ein bisschen weg. Oh. Ich hab noch eine. Achso. Ja. Ich kann die nicht öffnen. Ich brauch Schlüssel. Da hat er so. Hey. Ich kann's öffnen. Ich kann's öffnen. Oh. Ich freu mich schon. Und dann so. Oh. Ich hab hier einen Weg um meinen Teig. Ja. Schön. Und da war ich auch vorher gerannt. Wäre natürlich cool. Ich will nicht denken, was haben würde. Dass ich das auch machen könnte. Ist der andere NPC jetzt schon angekommen? So. Dann scheinend, oder? Gucken wir jetzt dann nochmal. Oh. Oh. Wie heißt das? In. Du. Mit. Abla. Hä? Bleib doch stehen. Verdammt. In. Du. Mit. Ebel. Ronin. Okay. Ich. Du. Mit. Ebel. Ebel. Okay. Ich. Kleine Ahnung... Keine Ahnung. Eidau. 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 Hup. Haben auch schon 500 Centaulen geschlagen. Jaa. Wie das aufschaut. Hm. Mal besser. Ich hab ne Mehl. Die lese ich jetzt mal kurz nicht. Das ist bestimmt irgendetwas Privates. Ich habe vorgeschrieben. So. Escort the Carnival Caravan. Ja, das ist das Ding, das ich hatte. Genau. So hat es jetzt gerade nicht angezeigt vorher gerade. Ja, ja, ja. Super. Ich muss alles schön da drin bleiben. Stopp! Jetzt hast du mal runter. Oh, super. Oh, da hat auch was zum Looten. Ich kann mich erinnern, dass ich... Da hat auch was zum Looten. Da hat auch was zum Looten. Jetzt geht dann keine NPCs. Keine Experience. Irgendwo sollte ich schon kriegen. Mal gucken. So, jetzt. Da musst du noch bis ganz hinter gehen. Hm. Ja, als ich mein Papa erklärt habe, so dass Horse Shoes... Also, ich habe ihn gefragt, ob er weiß, was Hofe Eisen heißt auf Englisch. Und er so, nö. Ich habe immer erklärt, dass das Horse Shoes heißen. Er so, ha, ja klar. Ich so, ja. Heißt Horse Shoes. Pferdeschuhe. Hm. Einfach. Das hier. Das hier. Das hier.